Das ist das Internet. Nachdem es der Sowjetunion als erster Supermacht gelingt, einen Satelliten ins Weltall zu schicken. Man spricht vom Sputnik-Schock. Verstehe ich? Sputnik! Drei Buchstaben, die die Welt verändern. World Wide Web! Kein Computer ist besser als der andere. Und kein Mensch ist besser als der andere. The purpose of computers is human freedom. Lol. Asap, Aser, Rib, Om. Facebook! Facebook ist eine Bedürfnis-Erfüllungsmaschine. Persönliche Daten sind das Erdöl des 21. Jahrhunderts. Es passieren Dinge, die wir nicht verstehen. Etwa Trump und Brexit. Der Algorithmus bevorzugt die Inhalte, von denen er glaubt, dass sie dem User gefallen. Unsere Welt ist anders, unsere Welt ist anders. Facebook ist ein Hack des Staates, ein Hack der Gemeinschaft an sich. Wir sind gut und ihr seid böse. Ich Tinder, also lebe ich. Ich Twitter, also rede ich. Ich Google, also suche ich. Ich bin so erschöpft. Ich könnte Datenvolumen sein. Let's get digital, digital. In früheren totalitären Systemen war den Menschen viel bewusster, dass sie nicht frei war. Ich hasse Feministinnen. Sie sollen alle sterben und in der Hölle braten. Wie können wir so viel Zeit und Aufmerksamkeit der Nutzer wie möglich bekommen? Wir sind begeistert, dass unser revolutionärer Ansatz der datengesteuerten Kommunikation einen so grundlegenden Beitrag zum Sieg für Donald J. Trump meistert. Wir wollen begreifen, warum ein Wähler so denkt, wie er denkt. Die Schwachstelle ist nicht die Technik, sondern der Mensch. Schon immer. Wir kommen in einem ganz besonderen Raum. Wir betreten eine Art Heiligtum. Von hier aus nahm das Internet seinen Anfang.